Letztes Projekt für heute, ihr Lieben, Hawaii. Viele kennen das Projekt. Es ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Die sind schon fleißig dabei. Es ist schon im Rohbau. Also wenn jetzt jemand demnächst kommt, könnt ihr euch schon anschauen. Es gibt nicht mehr viele Verfügbarkeiten, aber die wenigen, die es noch gibt, die sind ganz cool. Und jetzt habt ihr sogar noch den Rabatt hier dabei. Also Hawaii ist auch ein Projekt, was ich richtig cool finde. Auch von der Lage. Das habe ich euch vorhin schon gezeigt, wo es ist. Erinnert ihr euch? Aloha und rechts daneben war Hawaii. Von eurer Sicht aus war es da sozusagen. Also auch vorne am Meer. Die Hauptstraße ist dahinter. Kriegt ihr nichts von mit. Und es wird natürlich einen direkten Zugang geben zum Meer und es wird natürlich auch einen Strandbereich geben. Das Besondere bei Hawaii, das zeige ich euch jetzt wieder im Video, ist, dass wir hier ganz, ganz, ganz viele Flusslandschaften haben, die quasi sich durch das ganze Projekt durchziehen. Schaut mal hier. Da könnt ihr schwimmen ohne Ende. Gut, könnt ihr bei den meisten Objekten von diesem Bauträger. Aber bei Hawaii ist es, glaube ich, die Landschaft, die ihr durchschwimmen könntet, ist hier am längsten. Auch hier gibt es in der Mitte eine große Insel mit einem Restaurant. Die meisten Penthäuser haben Meerblick. Nicht alle, aber die meisten. Also gute Aussichten. Auch hier liegt eben auch an diesem Strandbereich, der so zwei, drei Kilometer in die Länge gezogen ist. Und wir haben auch hier wieder wahnsinnig viele Facilities. Ja, da müsst ihr dann über eine Brücke laufen, um auf die Insel zum Restaurant zu kommen. Oder ihr schwimmt. Das geht natürlich auch. Diese Villen haben wir hier noch. Zeige ich euch gleich auch nochmal in Bildern. Die sind sehr, sehr, sehr speziell. Und da haben wir tatsächlich noch ein paar Verfügbarkeiten. All right. Geht weiter. Hier nochmal von oben. Das ist die ganze Landschaft von oben. Ihr seht wahnsinnig viele Flüsse. Wie gesagt, für alle Schwimmer ist das grandios. Also wir haben noch Gartenstudios. Die sehen dann so aus wie hier. Da habt ihr dann meistens eine grüne Wiese mit einer Liegefläche und direkt ein Pool. Ist sozusagen wie der eigene Pool direkt vor der Nase. Das ist schon ganz stylisch. Und ihr habt halt auch immer wieder diese Inseln mit Restaurant, mit Bar, mit Sitzgelegenheiten. Auch sehr cool. Das sind die Villen. Und da haben wir auch noch welche. Die sind fast voll verglast. Aber so, dass man von außen nicht rein, aber von innen rausschauen kann. Das ist das Besondere hieran. Das sind wieder die Apartments. Wie gesagt, wir haben aktuell nur noch Gartenstudios, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und eben ein paar von diesen Villen. Oben natürlich auch bei den Villen. Oben eine Dachterrasse. Die sind nicht aufs Meer gebaut, so wie das hier aussieht. Das ist wieder 3D. Kleine Täuschung. Nein, auf dem Meer stehen die nicht. Auch wenn es hier fast so aussieht. Die stehen auf dem Land. Aber ihr seht sie hier. Die haben davor natürlich eine Wasserlandschaft. Deswegen sieht das so aus, wenn man von innen zum Beispiel rausschaut. Schaust du über den Pool und dann hast du natürlich dahinter auch das Meer. Alles, was gelb ist, ist noch frei. Also wir haben noch 2, 4, 5 Villen. Und wir haben 3 Studios. Studios starten jetzt mit dem reduzierten Preis bei ungefähr 147.000. Und die Villen reduziert bei 1.350.000. Normalerweise 1,5 Millionen. Also wenn ihr jetzt eine Villa kauft mit dem Valentinstagsrabatt, spart ihr 150.000 britische Pfund. Das ist eine Menge. Aber gut, der Preis ist auch recht hoch. Aber das sind hier jetzt aktuell die Preise. Kann man leider sich nicht mehr schönreden. Das ist nicht mehr ganz günstig. Aber hier bekommt ihr natürlich auch eine wirklich besondere Villa fürs Geld. Wenn ihr da Interesse habt, gehen wir gerne ins Detail. Die hat einen ganz besonderen Grundriss mit Terrasse komplett außen herum. Mega, mega cool. Sind schon besonders cool. Okay, auch hier haben wir ein Fitnessstudio, ein Wellnesscenter, ein Restaurantbar, Basketballplatz, Tennisplatz, Indoorpool, die ganzen Indoor-Facilities sowieso. Also ein Gym gibt es wie gesagt auch. Und natürlich wieder freien Zugang zu allen Wohnanlagen vom gleichen Bauträger. Aloha und Hawaii, von euch aus gesehen ist hier Aloha und hier Hawaii, sind zu Fuß, sage ich mal, 4, 5 Minuten nur entfernt. Also wenn ihr in dem einen oder in dem anderen investiert seid, dann habt ihr quasi die komplette Welt, könnt ihr sogar zu Fuß erreichen. Aber es gibt natürlich auch einen Shuttle-Service. Auch hier wieder Reservierung 2035 down, 65 bis zum Ende der Bauzeit. Das wäre Ende 2025. Aber mit dem Special Offer aktuell habt ihr auch hier wieder ein Jahr länger Zeit. Bei Interesse. Ich sage es zum letzten Mal heute, ihr Lieben. Schickt uns eine Anfrage. Bis zum nächsten Malウ Goodbye. Bis zum nächsten Mal.